Yu-Gi-Oh! Habe ich schon mal irgendwie gesagt? Irgendwie. Irgendwie, irgendwie. Wie auch immer. Didi Reckless gegen... äh, wen nochmal? Hm, Guardians of Chaos gegen Team Dreamjaw. Achso, ja. Also, Dreamjaw gegen Guardians of Chaos und, äh, letztere fangen an. Unukalai, nicht die beste Eröffnung, aber eine recht gute. Wenn Verdeckt ein MRT liegt... oh, war das gerade der Pinpoint-Card? Die zu Haus? Ja, war's. Dial-Points. So, also, wiedersehen, wie hier zwei verschiedene Satellanite-Kombinationen aufeinandertreffen. Beim letzten Mal... äh, hat... Nein, das findet nicht statt. Äh, die Übelschar-Kombi überwogen. Mal gucken, ob diesmal wieder so ist. Um klarzustellen, ich hab keine Ahnung, wie's ausgeht. Ich bin ehmals aus dem Urlaub zurückgekommen. Mega-Mang ist Alternative, nehm ich mal an. Achso, klar war er sowieso nicht der. Ja, vergiss, was ich gesagt hab. Okay, die haben wesentlich mehr Satellanite auf der Starthand. Okay, die haben wesentlich mehr Satellanite auf der Starthand. Wir haben hier die Übelschale ein bisschen mehr. Ist aber noch relativ even Ja, sowohl Lebenspunkte technisch gut Feldtechnisch ist nicht ganz so Ne, jetzt nicht mehr wirklich Aufstichwort, ne? So, da sind wir wieder Jetzt leckt es auch hoffentlich nicht mehr Also TS meine ich jetzt Triweil, ja, was auch sonst Ja, jetzt Trihiver heißt Wegenweil, fickt dich Konami Ja Trihiver Was auch über Das Kolosseum sollte den auf jeden Fall Schön auf den Senkel gehen Um nicht zu sagen, ziemlich Wenn er kein MRT wäre Wahrscheinlich hatten sie sogar damit gerechnet, dass das kommt Wahrscheinlich Und deswegen kommt erst jetzt der MRT Aber Triweil kann nicht nochmal was wegschmeißen Also insofern Also Ah, nochmal dazwischen gefahren Bringt aber nicht so viel, weil da ist noch ein Sirius Und der Ex, die ist natürlich gemein Wenn er noch da liegen würde Da muss man mitdenken Und sich nicht verzehlen Achtläger der Auslöschung im Main? Hat mich gerade auch gewundert Wahrscheinlich gegen Shadow Ja, aber wieso im Main? Es war genau ein Shadow-Team dabei Okay, wussten die nicht Wie auch immer Die Satellanights kommen jetzt auch in Fahrt Oh, da hat er wohl kein Volcasaurier Die Constella wolltest du gesagt haben? Ja, wollte ich Nicht Satellan Klingt ähnlich Ist ähnlich Ja, das kommt früh Mhm Das könnte GG gewesen sein Oder das heißt, es kommt drauf an, was da noch alles im Backroll liegt Nix mehr Das ist GG Korrektur Hätte GG sein können Ich glaube, sie hätten sogar gar nicht auf 0 runtergebracht Okay Trotzdem ist jetzt Sieht gerade ziemlich schlecht aus Für Guardians of Chaos Oder relativ schlecht Gerade fangen sie sich wieder Jetzt war's das Bucht sich HP Ah ja, stimmt Bucht sich Aha Ähm, und nu? Hier unten liegt Nix mehr Jo, dat war's Oder so Mit Stil beendet Die Runde geht dieses Mal tatsächlich an die Constella-Kombi Und ich sag bis gleich zum nächsten Duell So, da sind wir wieder Wieder fangen die Guardians of Chaos an Mit Das ist natürlich erstmal eine Hausnummer Und war da gerade Schattenansperrender Ah ja Ja gut, macht Sinn Die brauchen ja kein finsternes Monster Andererseits Der lichteinsperrende Hebel Die verdammt aus Wenn der kommen würde Wird jetzt wahrscheinlich nicht kommen Aber wenn er kommen würde Mhm Doldrain ist wahrscheinlich auch bei beiden Aus dem Main Deck Direkt wieder rausgeflogen Wahrscheinlich Weil keiner von beiden braucht die wirklich Oder Kein von beiden stört die wirklich Und da ist der Schattenansperrende Autsch, jetzt wird's böse Oh, finde der Donnervogel auch direkt mal die Biege macht Klar, solange es noch kann Moment mal Er hat auf Vega gefeuert Nachdem er sich Altair rausgesucht hat Das war auch ein bisschen Riskplay Oder hab ich das gerade nur falsch gesehen Dabei hat sich sogar tatsächlich den Vega rausgesucht Aber ich weiß es nicht Ihr könnt ja Video zurückspulen Und es euch nochmal anschauen Richtig Wie auch immer Deltaros Und Äh XC Abtausch Sodass am Ende wieder Dreamjaw vorne liegt Die jetzt eher kein Nickel vergessen können Das ist natürlich auch Pech Doppelheliotrop zu ziehen Und das war es einfach nur fies Frage ist Warum hat er seinen eigenen Altair verbannt Er muss nicht fünf Karten verbannt Sondern nur bis zu fünf Hm So Jetzt wird Triwail kommen Guardians of Chaos geht nicht auf Triwail Wahrscheinlich weil unnötig Ich wäre auf Triwail gegangen Weil der hätte die eine Handkarte weggeschmissen Ja, aber dafür hätten sie Algedi wieder gehabt Auch wieder wahr Und der nächste Deltaros Langsam wird's lächerlich Sondern mal die tausend Schaden wegen Mittelfinger Mhm Und mal wieder ein blindes antikes Blatt Oder totes Ja Und mal eine Karte Die in diesem Duell noch gar nicht kam Der gute alte Sharkritter Gefolgt vor Pinpoint Guard Und ja Ja, den Scheiß kennt man Und Sombrio ist auch noch da Ja, das äh War ziemlich an die Wand gespielt Trotzdem Noch ist nix entschieden Guardians of Chaos kann das noch rumreißen Bis jetzt ist nur Life Points technisch sehr Unausgeglichen So, jetzt kommt aber der drüber Und schmeißt alles zurück Und erwischt noch den Sombrio Nice Okay Soul Charge Damit hätte was kommen können Ist aber nett Das war jetzt richtig geile Kombi Oh, und Sirius Ja klar, recyceln und so Mhm Den Sharkritter Naja gut Wäre wohl Spiegelkraft sicher Aber ich weiß nicht Ey, Deltaros Hat man ja noch gar nicht Und weg ist er auch wieder Mit Bär und Feuerformation Immerhin noch ein bisschen was reißen können Aber nicht wirklich was Weil einfach zu viele starke Monster Auf dem Feld sind Die noch alle ihre Effekte offen haben Und ich würde mal sagen Mit Sirius und der Honest hier Ist das eine ziemliche Wand Ja, sieht so aus Als würden Als gäbe es hier ein drittes Duell Ja, weil dafür Dass die Lebenspunkte Technisch erst so weit hinten lagen Hat sich Dreamdor Ein bisschen zu schnell leer gespielt Und jetzt haben sie es wieder rumgerissen Weil Ich kenne das Duell nicht Aber es ist ziemlich obvious Dass das GG ist Würde ich mal sagen Na gut Ich meine, was soll Reckless jetzt noch haben Oder Ja, genau Achso, ja klar Jetzt ist ja der dran Na gut, dann Und Das war es Okay Nach einer gigantischen Rücklage Von fast 10.000 Lebenspunkten Differenz Haben das Guardians of Chaos Nochmal supi rumgerissen Und ich sag bis gleich Zum dritten Duell Und wieder beim dritten Duell Dieses Mal fängt Äh, Dreamdor an Mit einem ganz guten Blatt Würde ich mal sagen Kann man sich auf jeden Fall Nicht beschweren Man the Man aber auch nicht Und direkt ein Dead Auf der Hand Das ist natürlich klasse Jep Und gleich noch Ophio Nehme ich an Classic Classic Blackhorn of Doom Algedi und Pollux Zwar ein bisschen doppelt gemoppelt Aber geht auch Omega und so War klar Aber auch Avenger kann sich Über sein Blatt Nicht beklagen Ja, da wird gleich Zurück geschossen Und Volltreffer War das blind? Ich weiß gerade nicht War das blind? Ich glaube es war gar nicht blind Ihr könnt das finden Ah, war gar nicht blind Okay Ich werde es auch In den Duell-Log Kurz schauen können Hätte, ich habe ich aber nicht Der Staubtonado hingegen Wäre besser mal blind gekommen Dann wäre das Jetzt gerade eben nicht passiert So Das war jetzt auf jeden Fall Schon mal ganz nett schaden Aber irgendwie Noch nicht entschieden Wie du ja bereits sagst Das hat Avenger noch ordentlich Was? Ich weiß auch gar nicht Ob ich den MRT Auf die Doch Hätte ich glaube ich auch Auf die Supply Unit abgeschossen Na gut Das noch, weil das konnte Mhm Ansonsten hat Feldtechnisch jetzt Aktuell wieder Der Ausgleich da Das war nicht ganz richtig Was ich gerade gesagt habe Aber ich habe auch etwas anderes Sagen wollen Was nicht ganz richtig war Insofern kam kein Angriff Warum auch immer Alter, ihr Achso, klar Ne Denkt man immer nicht sofort dran Ne Da die in die Battle-Phase gegangen Sind, war es wahrscheinlich hier auch so Sind sie in die Battle-Phase gegangen Habt schon wieder vergessen Egal Alter, ihr soll es gerne mal vergisst De facto kam hier aber nicht Der Effekt von Alter Ihr, weswegen diesmal Der Angriff kommen konnte Er kam einfach schon Im letzten Zug Er kam in der Endphase Und mitruft der Gejagten Richtig So, der macht direkt mal die Giege Und kann sich nichts raussuchen Weil es der falsche Spieler ist Und rufen konnte er dann Ne, doch, rufen hätte er können Anders als hätte er bitte rufen sollen Und das tut jetzt auf jeden Fall Sehr gut Aua Das tut sogar so gut Aua Dass es GG ist Und trotz anfänglicher Niederlage Somit nochmals die Guardians of Chaos Und somit halt wieder die Übelschar Satellar-Night-Kombi Ihr wisst, was ich sagen will Also, der dritte Platz geht an Guardians of Chaos Und In der Playlist wird das ja jetzt Vor dem Finale sein Also, nicht wundern Wenn ihr das nachträglich schauen solltet Wenn ich mich jetzt nochmal verabschiede Deswegen sage ich Bis zum nächsten Turnier Wenn ein stattfinden sollte Ansonsten Bis zum nächsten Video Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020